Wir leben in einer Welt, in der wir gelernt haben, alles zu akzeptieren, wie es ist. Aber wir haben uns für das Abenteuer entschieden. Wir sind die Ausreißer, die Träumer, die Abenteurer. Wir sind Rebellen, die ihre Freiheit lieben. Nun aber verändert sich unsere Welt, unsere Gletscher schmelzen, unser Schnee verschwindet. Es ist Zeit aufzustehen für das, was wir über alles lieben, was uns ausmacht, für unsere Heimat, für die nächsten Generationen. Darum fordern wir alle Menschen auf, ihre Komfortzone zu verlassen und 100% zu geben. 100% erneuerbare Energien und eine 100% fossilfreie Zukunft. 100% Solidarität, 100% Gemeinwohl, 100% Anpassung, 100% Engagement und somit 100% Lösungen für eine lebensfreundliche Zukunft in 50 Jahren. Wir sind Protect Our Winters Austria. 1. Schöneien und wenn was wir oder? ارlke TV Aldert 8. 10. 11. 11. Untertitelung des ZDF, 2020